Warnung! Die in diesem Video gezeigten Handlungen sind nicht für Kinder unter 18 und für Menschen mit Herzproblemen geeignet. Szenen, die zu extrem oder unangenehm sind, werden im Voraus von mir zensiert. Ihr wurdet gewarnt. Das ist jetzt gruselig. Das stimmt halt jetzt wirklich. Hallo Empfang, ich hätte gerne ein Buch. Das da heißt Der Albtraum. Hi Jessica! Na, was geht ab? Oh, Fupsi, Alter. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Outlast 2. Mein Name ist Dama Rip und wir waren beim letzten Mal stehen geblieben mit unserem kleinen Flößchen auf den Weg zur Miene. Doch, es gab dann wieder leider ein paar Komplikationen, die Lilly und ich abgefeiert haben. Ja, sie sitzt immer noch hier. Sie freut sich immer noch ein Ast, wenn ich mich hier fast erschrecke und Herzinfarkte des Todes bekomme. Also, falls du einen Herzinfarkt bekommst, ich realiniere dich. Das will ich aber auch hoffen. Fakt ist, wir waren dann hier stehen geblieben in der Schule, weil wieder uns dieses Tentakelvieh hier ins Wasser gezogen hat. Und ich habe es schon beim letzten Mal angekündigt, wir müssen in die fucking Duschen und ich höre das richtig, oder? Ja. Oh, fuck, Alter, hier geht eine Dusche. Erstmal bei den Männern, Alter, weil hier... Oh Gott, diese Türen, Alter, okay. Ich mache lieber... Die langsam wird ja auch aufgemacht. Ja, ich mache lieber ganz schnell und ganz diskret. Aber ich weiß schon, wo hier der Faktor ist, das... Exit. Ja, probier mal, ob da nur Exit geht. Nein, Alter, das ist glaube ich auch nicht. Okay, wie spät haben wir es denn? Es ist... Das ist jetzt gruselig. Das stimmt halt jetzt wirklich. Leute, das ist jetzt echt krass. Es ist halt wirklich 10.38 Uhr jetzt. Das ist gruselig. Okay, ähm... Oh, fuck, Alter. Ja, ab zu den Ladies, ne? Ja, hm, 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 hm. Oh Gott, Alter. Okay. Hier, schön. Exit. Wenn du dich selbst eine Frau sehen willst. Die wird auch denken, her, was macht... Ach, du Scheiße. Ja, ähm... Das sollte vielleicht nicht so sein. Ja, du... Ja, definitiv. Alter, ich muss, muss, ich... Nein, muss, nein, muss, nein. Nö, tschüss. Ich soll mich jetzt ins Blut reinstellen. Geh du, tschüss. So, ist, äh... Bist du jetzt glücklich? Gut, dann kann ich auch wieder gehen. Alter, mit Blut verschmiert, ey. Aber ich will eigentlich... Äh, okay. Drei, zwei, eins. Ach, du Scheiße, Alter. Ähm... Ach, geht's mal wieder zu? Wir schließen die Tür. Die geht nicht mehr zu. Ähm, dann halt ohne Tür fließen. Alter. Jetzt, das nehme ich als Thumbnail, Alter. Das nehme ich als Thumbnail. Ja. Okay, gut. Das haben wir jetzt erledigt. Zeit... Ah, Hilfe! Ja, komm. Das kommt. Fuck, Alter, hab ich mich erschrocken vor... Jessica, Alter! Wie kann man denn jetzt hier... Ich verstehe mich halt immer eher vor dir, ne? Kann ich jetzt... Weil sie ist halt hier lang. Und... Natürlich ist jetzt hier die Tür auf! Okay, fuck, Alter. Machen wir das doch mal. Was kann ich hier denn? Ich will nicht. Hab ich das schon mal erwähnt? Was sind hier für Pläne oder so? Kann man nicht lesen, okay. Fuck, Alter. Die blockiert ist, okay. Fuck, Alter, wo... Oh, jetzt ist es aber auch so hell. Hier. Natürlich sind wir hier jetzt. Ach, und hier war das zu den... Ach, hier war das... Ne, verschlossen. Hier war das zu den... Sitzreihen. Geh... Okay, bye, bye. Bye, bye, bye. Da war irgendein Computer an. Bye. Bye. Da... Fuck. Hab ich jetzt wieder Zeit oder kann ich jetzt nicht? Oder ja oder nein? Kann ich rein? Ich meine, da ist ein Computer an, aber... Kann ich nicht rein. Okay, gut. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich da hier langs soll. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich nicht. Ja, scheiße, Alter. Ach, muss ich jetzt wieder den ganzen Weg zurück, Alter. Und jede Tür nachschauen. Okay, gut. Okay. Alles klar. Geil! Ja! Also! Ich wäre gerne nochmal... Ne, ich mach das jetzt auch nur mal schnell. Weil ich hab auch bei... Einmal bemerkt... Boah, Alter. Wo ich in der Schule war und dann halt weitergegangen bin, weil in irgendeinem Raum war noch was. Und ich habe das aber verpasst, dort nochmal hinzugehen. Dann war die Tür zu. Deswegen gucke ich mich nochmal hier um. Alter. Diese Flur... Ey, wie lang ist das hier? Oh. Ähm. Scheiße, Alter. Fuck, ey. Das meinte ich. Aber okay, das konnte man jetzt auch nicht wissen. Kann ich eigentlich... Warte mal, das will ich mal ausprobieren. Ach, du Scheiße! Ist das geil! Das gibt einen Erfolg. Geil, Alter. Das ist... Oh, Scheiße! Mann! Da ärgere ich mich jetzt! Warte mal. Ich will mal was ausprobieren. Speicherplatz ändern. Was ist, wenn ich jetzt da drauf drücke? Soll ich überschreien? Ah, ne, nicht überschreiben. Ach, ja, komm, dann, ne, zurück. Fuck! Ich dachte vielleicht, dass es da eine Möglichkeit gäbe, wieder zurück zu gehen. Also nicht. Ach, Mann! Aber wegen so nem Kack spiele ich das Spiel dann nicht nochmal. Fuck it, Alter. Ich, ich... Nee. Auch nicht. Wenn ich dann nochmal mit dabei gehe? Nein. Wenn das Spiel durch ist, ist es durch. Ob's dir passt und nicht. Und da wird dich auch nix dran rütteln. So. Jetzt sind wir, glaube ich, hier in diesem kleinen Häuschen, was Black vorhin gesehen hat, Alter. Es regnet Blut. Glaube ich. Ist alles rot hier. Alles rot einfach. Ist das auch noch ein Zeichen der Apokalypse, Black? Hä? Du kleiner Vorherseher. Vorherseher, Alter. Boah, ey. Kann ich ja eigentlich lang? Ja, kann ich. Aber das... Ja, das ist das Häuschen von vorhin. Oh Gott, Alter. Okay, gut. Das haben wir auch aufgenommen. Finde den Mineneingang, Alter. Ich will keinen Mineneingang finden. Blutregen. Es regnet Blut. Es stopft von den Schuhen, glaube ich. Nein. Ich vermied. Ist das gut? Tschüss. Was? Alter, Plague, das macht gar keine Logik mehr, was du hier laberst. So, gar keine. Ach so, da sind wir hergekommen. Okay, gut. Wollen wir uns doch... Ganz ehrlich. Ja. Dann kannst du nicht mehr logisch sein. Nee. Der wurde auch wahrscheinlich von diesem Licht sowas von durchgeballert, Alter. Da hat er überhaupt gar keine Planung mehr. Fuck, Alter. Aber Fakt ist, wir sind an der Mine. Noch nicht in der Mine. Was ich eigentlich auch noch schön finde, aber... Wir müssen irgendwie reinkommen, um zu Linn zu gelangen. Den Rest. Ja. Werden wir dann sehen. Fuck, Alter, ey. Alter, das ist aber auch hier flüssig, ey. Ich... Nee. Ich will nicht. Kann ich rein, ne? Die Tür hat sich jetzt aber mehr bewegt. Was ist der Aussage? So, hier geht's anscheinend nicht weiter. gott 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 da haben sie auch wieder wie geht es alles senkrecht alter was geht hier ab es ist ja schon fast gar nicht mehr man sich was hier abgeht okay es geht halbwegs hier mit dem ja geil alter alter geil geil ich mag nicht ich will nicht ich mag nicht what the fuck alter leute ich 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 meine hey come on ich mein leute come on oh ich kann hier gar nicht durch oder was mhm schade es liegt zu viel Müll oder ich bin immer noch zu fett kann auch sein so vielleicht ist es auch beides mhm vielleicht ist es auch beides was stört wenn das alles hier vorbei ist muss plague erstmal wieder ins gym alter diese geräusche ich will nicht verfolgen die mich das ist halt so unschlüssig jetzt was passiert ob was passiert die sache ist die gleiche ich werde einfach hier zu tote leiden ich werde einfach hier zu tote leiden ich werde einfach hier zu tote leiden oh Gott an jeder tür an jedem punkt denke ich so ja jetzt wird einer kommen wow haben sie gesehen sie töten sie töten sie töten sie töten wir müssen gehen wir müssen gehen wir müssen gehen ja ja aber ich bin mir ganz ehrlich plague wird das jetzt nicht ermutigen zu gehen nein jetzt wird er definitiv noch seine frau holen ah fuck wo muss ich ihn hier lang hier wahrscheinlich noch ne hä was wo geht es jetzt lang wo geht es jetzt lang Leute ich habe keine ahnung ah hier hä ok erstmal nachladen und dann wird hier weiter ach von hier bin ich gekommen so hier hat er mich attackiert oder so dann ist er doch hier lang ich bin doch so doof ich bin doch so nein nein ich will nicht in der Schule sein scheiße alter man wieso warum weshalb nein ja ich will gerne wieder zurück ich würde gerne wieder zurück in dorthin wo ich wohrt fuck alter warum ne bibliothek alter hallo empfang ich hätte gerne ein buch das da heißt der albtraum so ist hier irgendwas oh hier batterie ja mit der erfahrung von plague alter wird das bestimmt bestseller oh wieso habe ich schon genügend leck mich ach okay gut jetzt müsste ich nur mal gucken das hier ist offen ach das ist hier das computerzimmer okay library alles klar dann lass uns mal ein bisschen an den computer gehen lass uns mal ein bisschen hacken hier alter kann ich auch rein das war jetzt keine gute Idee die Dings zu machen Sensible Highschool Faith Joy Gott Perish und so weiter und so fort hier die kleine die kleine ja die kleine kommission hier alter so da ist der computerdeck geht oh wieso geht es hier überall lang oh hier sind auch noch computer alter das ist so das oh das ist so das für die kinder die verbannt werden sollten alter die die kommen dahin alter ach ich glaube auch das war hier die tür die mir aufgemacht wurde wo ich dann weiter gelaufen bin vielleicht war es doch gut dass ich hier noch nicht hin bin oder ich weiß es nicht so Fakt ist wir müssen hier lang wo wahrscheinlich der Stuhl jetzt hier war glaube ich ist dem Chat beigetreten hi Jessica bist du da hi es funktioniert so seltsam ich kann dich da drüben tippen sehen dreh dich um wer ist denn das Plague Age ach so hä okay wir und Jessica haben uns damals wahrscheinlich gechattet und wir sollen den Dings verlassen wow oh okay Hilfe alter Hilfe lieber Herrgott hol mich hier raus alter lieber lieber Herrgott holen sie mich hier bitte raus ich wollte ja gesagt die guten haben sie getötet ja ja also wenn sie hier hinten oh natürlich ist ja und noch was ich kann dich sehen was war das auf deinem Bildschirm das Fenster das du zugemacht hast nichts ich brödel nur rum ganz verstehe ich diesen Computer bedingst auch nicht okay okay ähm Gemeinschaft Unterstützung und Gebete für depressive und besorgte Katholiken okay Katholiken okay wer hat Kontrolle von was weiß ich wem 7. Dezember 95 2 Uhr 43 ach Hilfe mein Mann sagt dass alles aus einem Grund passiert und Gott einen Plan hat er hat er sagt aber auch dass man sein Glück selbst machen muss wenn du willst dass etwas passiert dann musst du tun was du kannst um es möglichst möglich zu machen ich will ihm nicht sagen dass er sich selbst widerspricht das hört er nicht gerne und manchmal erhebt er die Hand ich habe das Gefühl äh ich hätte keine Kontrolle doch trotzdem ist es meine Schuld das Schlimmste aus aus beidem okay von Jessica 9. Dezember 95 11 Uhr 14 so fühle ich mich auch manchmal sehr oft sogar bist du eine Erwachsene? okay auch noch am selben Tag ein paar Minuten später ich bin fast 50 Jahre alt ähm ich schätze es ist albern dass sich eine erwachsene Frau über sowas Sorgen macht ich sollte überhaupt nicht hier sein ein paar Minuten später von Jessica das ist nicht albern ich will nur wissen äh was machst du ähm wenn dein Mann die Hand erhebt ich meine tut er dir weh? kannst du äh wegen jemanden in deiner Familie die Polizei rufen und die andere Person auch ein paar Minuten eine Minute später oh liebes es tut mir so leid kannst du mit einem deiner Lehrer reden? okay oh jupsi alter disco bobo klingelingeling klingelingeling steht eigentlich we are loved wir werden geliebt geil alter hab ich auch schon gleich wieder das nächste Thumbnail okay gut ähm wir müssen wieder hier einen Weg rausfinden Puls hm es bringt eigentlich das Ding ist auch man versteht auch nicht so viel von diesen äh Kommentaren natürlich ist jetzt hier die Tür auf was dieser Typ da abgibt deswegen ist das ein bisschen jetzt gehe ich hier rein das war nämlich noch nicht der Raum das war nämlich noch nicht der Raum wo ich meinte okay gut aber natürlich ein PC ist wieder oder auch nicht oder war das hier äh äh okay gut dann ist es eben kein äh PC gewesen kann ich irgendwas nö dann war es eben kein PC gut kann ich hier eigentlich lang erschlossen oh hi Jessica na was geht ab oh fupsi alter was war da jetzt eben gebackter na Jessica auch nochmal jetzt eine Runde schwimmen oder was ja Seefährtchen machen nein welche umkleide Geste wähle mit bedacht sie läuft das mal sie läuft das mal dagegen sie läuft dagegen sie läuft dagegen okay sie ist in die in die Dusche reingegangen oh oh da ist glaube ich die Tür auf jetzt aber überall hat sie Geräche genommen ja okay und diesmal ist hier auch kein Blut oder okay hier ist wieder eine schöne Notiz oder ist das ein Bier da? nee auf dem Tisch erstmal der Lehrer hat sich was gegönnt oder okay wir haben hier wieder so eine so ein Papierchen für den Polylux ja help me das war jetzt sowas von schwierig ja oh hier Kreide die im Dunkeln leuchtet ja das ist cool sowas braucht die Menschheit es gibt Tattoos die im Dunkeln leuchtet damit so gebraucht ist oh ja das habe ich auch schon gesehen alter mega geil ja hier ist die Tür aufzudehnen ei wie sie wie sie guckt alter dieser starre Blick alter okay aber wahrscheinlich wird sie auch nicht weitergehen nö ja dann gehen wir mal zu gehen wir mal zu ihr hin wir stellen jetzt so ein Tattoo echt cool vor aber du siehst es tatsächlich nicht war es jetzt das Tattoo na doch du ein bisschen sieht man das aber das ist halt so ja aber das ist halt nicht richtig oder so wie sie guckt alter kommt sie so ein bisschen verarscht rüber wir sind nicht alleine hier ja und jetzt geht sie auch wir müssen wieder da runter ich will nicht was steht denn hier darf ich mir erstmal das durchlesen haha nee ich setze mich jetzt hier hin so war gedacht und und da ist die Tür auf alter die war das war vorher noch nicht so denke ich mal dass das noch nicht so war oh ich will aber jetzt nicht da runter ich habe kein gutes Gefühl für runter ich will nicht 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 runter also ich will mit dem Schattenbeerplatz wo wir mal Prostiger als den mh oh ich kann hier noch nicht mal ran Wo? Oh, fuck, da ist er. Hahaha. Ich gehe. Ich gehe. Bitte öffne dich. Sesam, öffne dich. Okay, wo latsch ich lang? Hier. Versuch einfach mal hier rauszukommen. Mal gucken, ob das was hilft. Das hilft nicht. Kommt der? Kommt der? Nö. Dann vermöbeln Sie mir bitte irgendwann anders den Arsch, bitte. Latsch da unten hin. Wow! Wupsi! Oh. Fuck. Und irgendeine Wanne oder so, Alter. Meine Fresse, Alter. Ich will nicht mehr. Ich will nicht, Alter. Wieso? Weshalb? Warum? Oh, Gott, Hilfe, Alter. Haben wir eigentlich jetzt nochmal was aufgenommen gehabt? Wir müssen immer noch den Trismineingang finden. Oh, fuck, Alter. Ich will nicht mehr. Ich glaube, drei Videos jetzt vorproduziert. Das genügt eigentlich jetzt. Das ist jetzt so, dass... Das... Gott, Hilfe. Ich, nee. Bevor jetzt noch irgendwas passiert, mache ich einfach jetzt hier einen Cut. Und das war es jetzt einfach mit... Das, das... Nee. Nee. Hab keinen Bock. Ich will nicht. Auch das Kreuz geht hier schon wieder ab. Alter, nee. Ehe jetzt hier irgendwas kommt, mache ich jetzt einfach hier einen Cut. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, gerade wo es 11 Uhr geworden ist. Fucking einen Cut machen. Alter. Perfekt. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben dalassen. Kanal abonnieren. Glocke aktivieren. Und besucht mich doch auch gerne mal bei Instagram. Das würde mir sehr weiterhelfen. Und dann werden wir uns hier beim nächsten Mal wiedersehen. Wahrscheinlich werden wir dann in der Mine sein. Vielleicht auch nicht. Ich will eigentlich sonst in die Mine. Aber das ist jetzt so nebensächlich jetzt mal gedacht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dahin. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.